Enrage, weil wir so früh getriggert haben. Das ist ja immer so ein 100%-Kampf. Eben. Normalerweise ist es 15 oder sowas, ne? 4. 1. Wollt ihr Kampf already beim ersten Schild, oder? Ja, Mitte. Schreibe in der Mitte. Ja, komm schon. Äh, wenn wir unten sind halt. Ja doch, wenn wir unten sind. Aber nicht auf den Schild nehmen. Das macht ja hier oben keinen Sinn, wenn der eh wieder vorbei ist. Hallo, mate. Switch. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bleibe einfach stehen, ey, das macht keinen Schaden. Ja, aber ich spiele mich gar nicht vernünftig. 30% weniger Schaden, das muss ja gehen, ey. Die. Ja, einfach ganz alleine ran, ich glaube ich. Einfach schon mal übel. Hallo, Blades. Wir sind bei Grün. Ich muss ein bisschen switchen. Und halt. Die Dusse ist gleich voll, alle auf die Dusse. Aber nur das Schild weghauen. Erstmal rankommen. Richtig. Ich probiere den Target Switch. Und wieder auf den Boss. Erstmal move'n. Das muss switchen. 5, 4, 3, 2, 1. Gute Nacht, direkt vor Ort. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt versteht's. Das freut mich. Bitch. Da war's nur so lange, das war 100% Energie vom Boss. Genau. Da muss ich dann so schnell da reinpacken. Moven vernünftig. Und ey, nach hinten bitte weglaufen, ja? Nach hinten weglaufen, genau. Das verlieren wir. Komm, jetzt komm. Die Maiden ist gleich voll. Alle drauf, switch. Auf Main, switch. Auf Main, switch. Das, was so hübsch ist. Stopp. Reicht, 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 reicht. Was? Weitere Temperaturen, Boss. Ja, erst 4 kriegen wir den nicht drauf. 5, 4, 3, 2, 1. Moven. Nach hinten, Chaos. Rupture Realities, raus. 5, 4, 3, 2, 1. Was glaub ich das? Seid wir spät? Äh. Seid wir später drinnen. Aber sieht gut aus, hier. Ich glaube, bleibt dran. Hamburg Chaos und 5. Ich denke dran, die Shadowblades an den Mark-Ax abzulegen, ne? Also das war jetzt, glaube ich, nicht zu ganz richtig. Und nach hinten raus, wieder. Und nach hinten raus, wieder. Und switchen. Die Kante ist vielleicht voll. Mach dich schon mal bereit. 5, 4, 3, 2, 1. Und auf die Tante. Und auf die Tante. Achtung. 5, 4, 3, 2, 1. Wird mit der FCD einfallen. Stopp, 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 stopp. Ja, das ist runter, ist runter, ist runter auf den Boss jetzt. Das ist voll egal drauf. Ja, das ist völlig gut drauf. Ja, wir sollten die Tante töten, weil sonst hat sie wieder die Leben. Ja, wir müssen die Sante töten Sie hatte 130 Mille Ich zieh sie zurück in der Info-Serve Und Bloodlust kommt Sehr schön Ich denke, die ersten lassen wir vertrauen Auf der Bloodlust Damit die Videos möglichst lange damage können Und die letzten nehmen wir dann ein bisschen raus Zusammen sterben Sie claim the mantle of Christ Sie claim the mantle of Christ You have a vision to see Hopping Ziehen, ziehen, ziehen Nein, nein, wir lassen den drauf Die ersten beiden lassen wir drauf Ich konnte nicht mehr damage Ziehen Dahin, okay Ja, jetzt müssen die Wir müssen den gewinnen A.E. kommt gleich wieder Das kannst du immer ein Stück rausziehen Ja, ist schon gut Ja, ist schon gut Ja, ja, ich bin zwischendurch wieder reingekommen Ja, ja, ich bin zwischendurch wieder reingekommen Wollte aber nichts unterbrechen Ja, ich bin zwischendurch Ich bin zwischendurch Ja, ich bin zwischendurch